Do you have the Aufnahme on, sir? I have the Aufnahme on, yes. Boah, das ist ja Amazon-Baguette, Alter. Seid gegrüßt, werte Gesellen. Willkommen zu Bigfoot mit Pizzoka. So, und dann einfach Hardcut in die Experience rein. Ah, Bigfoot, Bigfoot, Bigfoot! Was? Äh, duck dich, duck dich, mach dir Taschen am Ort. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, 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 oh. In dem Game geht es basically darum, äh, Bigfoot zu finden, zu jagen und letztendlich umzubringen. Wir sind halt Jäger. Die Sache ist, am Anfang haben wir nur ein Gewehr und eine Pistole. Aber wir gehen dann möglichst direkt zu einer Location, wo wir ein Gewehr für dich dann auch finden. Oder eine Schrotflinte oder was auch immer. Wofür ist Fleisch da? Fleisch, das ist wie so ein Bait. Damit können wir Bigfoot Baiten. Ah, Bait. Okay, Bait. Blumenbeet. Ich hatte vor mir einen Wolfshorn runterzuladen. Guck mal unten links auf die Minimap, siehst du diese Insel in dem See drin? Dieser kleine Schwänzle, der da so reingeht in den See? Da gehen wir hin. Ach, hier sind Krallen. Krallingen. Warte, ich kann Fotokamera. Ich hab nämlich eine Fotokamera. Und dann Beweisfoto. So. Also, wir sind auf dieser kleinen Insel hier angekommen. Island Ranger House. Ist der Spot gut oder warum ist der geil? Hier gibt es manchmal eine Keycard sozusagen, beziehungsweise ein Code. Ja. Oh, Junge. Scheißtür. Ja, hier, guck mal. Hier ist ein Zettel. 3192 ist der Code. Alright. Und hier ist Lake Village. Genau. Hier gibt es mehrere Häuser. Ist ein Auto? Hier ist der blaue Safe. Oh, fuck. Was war der Code? 3192? 3192. Ja. Sniper. Let's go. Du kriegst mein Gewehr. Ja, danke, danke, danke. Auf der 1 solltest du jetzt dieses andere Gewehr haben. Sag mal, ist die KI sehr dumm? Nee, nicht wirklich dumm, tatsächlich. Es gibt auch Items wie zum Beispiel den Treibstoffkanister oder Autobatterie. Eine Autobatterie explodiert, wenn man auf sie schießt. Genauso tut es ein Treibstoffkanister. Der hat jemand mies geschissen. Oh, Alter, geil. Alter. Die Nugger-Schleuse hat gedruckt, Jumann. Oh, shit, da unten ist ein Bär. Was? Oh, ich bin rottergefallen. Dickabin. Junge, ich habe einen Dropshot gemacht. Wir müssen den Bär umbringen. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Hast du einen Hitmarker gehabt? Ja. Okay, dann kannst du ihn jetzt ausnehmen und dann hast du Fleisch. Oh, ei, 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 ei. Das dürfen wir hier aber nicht zeigen. Oh, ei, ei. So, das gilt jetzt hier auch schon, glaube ich, als Falle. Also, Bigfoot könnte hier hinkommen. Deswegen platziere ich eine Bärenfalle literally genau hier rein. Wir haben hier diesen einen und einzigen Weg, von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und der ist ein Meter breit. Das heißt... Bärenfallen. Bärenfallen, richtig. Wenn er hier reintritt und sich eine Weile lang nicht bewegen kann, weil er in der Falle stuck ist, dann schießen wir auf den Treibstoffkanister. Von mir aus auch auf die Autobatterie, äh, Batterie, aber Treibstoffkanister ist einfacher zu treffen. Oh. Ah! Ah! Juhu, Juhu! Okay, 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 okay. Bam! Nice, 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 nice. Jetzt einfach draufballern, so viel du kannst. Hoffentlich tritt er jetzt in alle möglichen anderen Fallen. Fuck, 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 er kommt näher. Er kommt näher. Nein, 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 nein Digga, wir machen ihn so low, das ist unmöglich. Irgendwie, eigentlich muss er schon lange weglaufen. Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Mein AIM ist wirklich von Barcelona, Alter. Er läuft, er läuft, er läuft. Nein, er läuft zu mir. Yo, yo, wir haben ihn fast. Ein, nehmen. Das ist doch lächerlich. Ey, eigentlich läuft er irgendwie weg. Krasse KI, Alter. Äh, sag mal, ist die KI sehr dumm, oder? Äh, nee, nicht wirklich dumm, tatsächlich. Oh, meine Gesellen, ich hab, ich weiß nicht, was es ist. Ich würd's euch jetzt auch gerne zum ersten Mal so präsentieren, aber es gibt Gamer Gum oder so'n Scheiß bei uns in den Länen. Ich weiß nicht, was es ist, das sind irgendwelche Kaugummis mit Koffein drinne. Und da steht drauf, einen Moment. Kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken. Oh mein Gott, Wolf! Oh, du hast mich so erschrocken mit dem Schuss. Meine Fresse! Scheiße. Ah, Backflug, Backflug, was? Ich hab nur eine Patrone, das war's. Hab ihn gestunnt. Ich hab ihn geguckt und so, fuck, er grabbt mich. Er läuft, er läuft. Er läuft, er läuft. Okay. Digga, das ist ja... Warum ist er so aggressiv? Ja, der war erster Tag, Alter. Ich dachte, erster Tag wäre mal ein Safe. Oh, ein Schneemann, Alter. Alter, die Lodge ist groß. Das ist ein Safe. Oh, ein Safe. Okay, welche Farbe hat das Safe? Äh, gelb. Okay, dann lass mal irgendwie in den Süden oder so. Hier ist eine Zipline, die kann man auch wieder hochnehmen, wenn man will, deswegen... Nehmen wir die? Ja. Alter, geil. Ah, gelber Code, oder? Ja, 3671. Okay, let's go. Geh nach oben. 3671. Haben wir Alzheimer oder 3671? 3671. 3671. 3671. 3671. Willst du diesmal die Sniper? Ja, gerne, gerne, gerne. So, hoffentlich gibt uns das mehr XP. Oh, das ist elsch. Ich mach tot elsch. Nein. Ich hab's getroffen. Es liegt. Cleaner Schuss. Danke, danke. Na ja. Ach, der geht sich gut durch die S-Milverdäure. Waschbär! Hm? Nein. Nein. Was hab ich getan? Nicht der Waschbär, Junge. Oh, Mann. Der bewegt seine Hand noch. Bewegt er seine Hand bei dir noch? Ich hab den auf. Was meinst du mit dem Glück? Ja, dass wir das immer miteinander machen. Ah! Nein! Scheiße! What? Z? Fuck! Ich... Das war ne Falle. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's. Digga, der Kaugummi wird irgendwie... Je länger ich ihn kau, schmeckt er weniger nach Minze und mehr nach Kopfschmerzen. Nice. Er attackiert instant. Wir sind ziemlich gefickt, tatsächlich. Wollen wir zum Trailer? Vielleicht haben wir ne bessere Überlebenschance zum Trailer. Zeit für einen weiteren Gamer-Gum. Ich spüre, wie die Brauschen könnten einsetzen. Jetzt kommt die Gamer-Gum. Da ist ein Wolf. Vor allem Wolf aus. Hier rechts! Rechts vom Trailer. Hab ihn abgeballert. Ah! 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 Ich muss H drücken, ich liege auf dem Boden, er darf mich nicht finishen, sonst bin ich dead. Er darf mich nicht finishen. Aber... Ich kann dich lupen, mach mal so. Von der Scheiße! Boah, meine Fresse! Du Bixer! Alter! Du liegst? Ich liege. Du kannst dich auch nicht hochheilen? Nö. Du bist literally gestorben! Von dem Wolf! Ab dem Punkt war das Gameplay dann auch nur noch wie Matsch, deswegen habe ich das Ganze in Hochlichtern, ähm, sorry, in Highlights zusammengeschnitten, deswegen viel Spaß mit den Highlights. Okay, wir machen jetzt komplett Speedrun, okay? Weil wir sind jetzt Pros. Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Äh, duck dich, duck dich, ich tausche noch ein paar aus. Hm, was kommt denn los? Ich hab nur Füten. Gasflasche! Ich hab ne Gasflasche gefunden. Äh, Gandalf, Gandalf, vor dem... Genau, Gandalf. Guck! Gesundheit! Danke! Bitte! Oh ja, wie Kaugumiso Kacke! Wie viel gibt's denn davon? Wie viel sind denn sonst, oder? Ähm, I don't know, so 10? 10, ja. Wie wärst du doch bezahlen? 2 Euro... Lohnt sich nicht. Naja, ich könnte überdosieren... Dann lohnt das sich vielleicht! Geil, das willst du jetzt bitte! Warte, warte, warte mal! Schleifform! das ist irgendwie sehr officer was soll sie jetzt mit munition ist hier keine waffe rumliegen weil du brauchst unbedingt auch mal eine waffe alter doch hier auf dem bett ich habe ich habe meine 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 spüre haben es gefühlt ja meine spüre ich hab's gar nicht gesehen wie so eine schnecke weißt du so zwei dinger vorne das ist ne geile schnecke alter ah danke dicke der ist fast tot und das ist oh mein gott kann ich dich damit kriegst du den safe habe ich dich liegen lassen nein nein vielleicht hängt die schrottflinte auch manchmal an der wand also die ist manchmal auf so einem weapon stand oder wie auch immer ja ich hab's gerade gesagt ja ich fang mal an zu raten mein instinkt sagt mir vier vier eins acht aber ich hab in den eingang ich gehe aus dem fenster raus ich hab zwar schaden bekommen aber egal ja hier nochmal ein paar highlight clips von unserer wunderschönen pvp erfahrung pizuka ist bigfoot ich bin der überlebende mal sehen wer hier wen faltet wer aus der juhu nein wer aus der juhu aua 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 scheiß Falle wo bist du hin scheiß ich weiß ich weiß nicht wo du bist ach Avid chis sch Alter, du hättest mich nicht auf... AHHHHH DICH EINSPIRCHEN, BITCH! Ich hab dich echt schnell gespürt Witter, ist die Totems nicht auf... Alter... Witter... Ach du Scheiße... Alter... Junge, mein Herz ist stehen geblieben, what the fuck! Es ist ein Blitz eingeschlagen! Wo? Bei dir? Okay, dann komm ich jetzt mal... Nicht bei mir, aber... Irgendwo in der Gegend halt... Da ist er ja! Oh Gott... AHHHHH AHHHHH AHHHH AHHHHH AHHHHH Der ist doch... AHHH, der ist doch... AHH, der kann der ist doch... AHHHHH AHH AHHHHH JUNGEL AAH AHHHHH NIE! Let's go.